Guter Pass von Badstuber, Özil, Gommes ist da und da ist das 2 zu 0. Wunderbar, klasse Pass von Höwedes mit dieser überraschenden Spieleröffnung von Badstuber. Das muss er natürlich erstmal sehen. Özil geht und Gommes riecht den Braten auch in dem Augenblick, wo der Pass schon kommt. Und sprintet, guckt sie sich das an, vorne in die Spitze rein. Der weiß, ich muss einen Schritt vor meinem Gegenspieler sein und schafft das. Das ist genau die letzte Kraftanstellung, die Jogi Löw meinte, die man hier nochmal aufbringen muss. Und jetzt sieht es sehr, sehr gut aus für die deutsche Mannschaft, die schwer in dieses Spiel hineinkam. Özil macht ein Tor, bereitet eins vor, Mario Gommes, vierter Treffer im dritten Spiel. Zum Beispiel zur Freude seines Trainers Jogi Löw. Nochmal Ausgangspunkt, dieser klasse Pass von Badstuber.